1 SMG ist in allen Punkten besser. War ja nur so ne Idee. Äh, Moment mal, wer war's? Irgendein Scooter, oder so? Brazy, oh. Aber das war doch noch jemand. Und, äh, hier in Mittelauf-Novem. Okay, dann... Erstmal Crazy Ur, würde ich sagen. Da, 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 wo war's denn? Wo war's markiert? Hier, Crazy Ur, Scrapyard. Äh, hast du's? Fertig? Ich, äh, bin fertig. Crazy Ur, Scrapyard. Oder, wärst du's? Fertig? Ja, genau. Aber irgendwie find ich das bissel doof, dass die bei GameTube nur einer eine Ahnung hat von der Kriegstirche Bohrer Lens 1. Und der irgendwie auch noch mal mit spielt, also... Muss ich sagen, find ich nie so schön, so generell Ähm, Level 23 wahnsinnig ist der Der bringt 1.18 XP, der knallhauter Und mit einem blauen Revolver, der nichts mehr wert ist Ja, ist ja in Ordnung, scheiß Vieh Sind wir vor allem schon unterwegs? Ja Was willst du? Rett der Irrs besten Freund, der auf einem beratenen Trashcoast gefangen genommen wurde Yay 27 immer noch, sag mal, kann das sein, dass die Hier die Story nur bis Level 30 geht oder so Keine Ahnung Wollen wir jetzt als nächstes machen? Wir können schon die Nebenmissionen machen, wenn ihr die Story noch nicht weitermachen wollt Und ansonsten können wir auch die Story, wie lange ist unser Levels erlaubt, die Story weitermachen Mir ist das relativ Banane Ich bin halt so jemand, ich mach immer erst alle Nebenmissionen und mach dann den Rest Ja, ja, dann machen wir erst mal Nebenmissionen Aber wir müssen erst mal noch Middle of Nowhere uns anschauen, was da ist Aber wir müssen erstmal noch Middle of Nowhere uns anschauen, was da ist Middle of Nowhere Schon schön vorbeigeschossen Oh je Rust Cummins East Rust Cummins East Wahrscheinlich Hm So Gott 2, 27 und 27 Alles sind Trashcoast Wir müssen nur mehr Kugeln verschießen Aber wir sind doch gerade in Rust, kann man siehst, oder? Dann können wir halt das machen Ich teste jetzt mal, ob ich der Sniper, der Sniper, der ich gekauft habe, da ist Ach übrigens, das letztens, was ich aufgesammelt habe, das blaue, das war... Hab ich, äh, ne das blaue, was ich gesehen habe, hab ich aufgesammelt Ach so Das war eine Shotgun mit einmal Elektroschaden und ganz brengen Schaden Mean Green, wir nehmen die Mean Machine und nehmen Mean Green Die Sniper kommen sogar mit, Wahnsinn Gerade Was denn? Immer gerade Ach so, ich wollte doch ein Schade Deswegen Geradeaus und jetzt rechts, so, halbrechts halten So? Keine Antwort Links hinter die Windmühle Oder gerade, also... Moment, du meinst doch dahin bestimmt, oder? Da, ja... Ah ne, gut, ich dachte, da geht's noch Weil da war ein Turm, da werden wir abgeschossen wurden Von den... Hier waren wir doch schon immer Auf diesem scheiß Müllhaufen Hier haben wir doch die Sicherung gesucht für das Board Äh... Da war ein... Ja, da war so ein komisches, kleines Vieh das hinter dir da Das muss man kaputt machen Wo? Das springt hier gerade rum wild durch die Gegend Das treffe ich doch nie Ah, das, genau Ich nie Doch, jetzt... Ein blaues Schild Vielleicht was für'n Felix? Ich weiß nicht... Ach, andere 84 Kling hier so hoch So Was? Äh, Kettenwerfer? Schild Hm? Ein Schild Ne, ich hab... Ja, ja... 9999... Äh... 1979 bringt das So, damit hätte man das schon anledigt Ja... Rust Cummins West Oder... Old Haven Wartet mal bevor ihr irgendwie... Old Haven erkunden, oder? Wartet mal bevor ihr hier... Immer Rust Cummins West noch Wartet mal bevor... Bitte startet Ach ja... Die immer wieder rumballern Ich fahr schon mal zurück Hier könnt ihr das Zeug einsammeln Fail Ey, warte mal... Müssen wir das hier wieder abgeben? Was wir gerade gemacht haben... Wieder hier in dem Bereich Oder müssen wir das abgeben, was wir gerade gemacht haben? Ja, das müssen wir hier wieder abgeben Äh... Ja... Dann lass das mal bitte... Aktiviert Flam... Habt ihr auch 2 XP bekommen für den Scheiß? Ja, weiß ich jetzt gar nicht Es blinkt mitten in der Mitte von deinem Bildschirm offen, du siehst das, ne? Nee... Hab nicht drauf geachtet Und mit solchen Leuten soll man organisiert spielen Tja... Ich hab The Dove bekommen... Manchmal vergesse ich das Nachladen Okay... Okay... Gar nicht so schlecht... Also jetzt bin ich wahrscheinlich Chroms Sidearm Ich hab ne 35 Schaden, äh, SMG gekriegt mit mal 2 Schaden, äh, Feuerstoff Okay... Alles wird verkaufen... Der schießt 2 auf einmal... Lol... Äh... Ich kann mit der Waffe schießen, ohne dass meine Munition irgendwie geringer wird und auch nicht aus dem... Aus dem Magazin geht... Pfff... Jetzt... Die Munition geht nicht aus dem Magazin So, du kannst nur sozusagen schießen, ohne den nachzuladen Ich kann dauerhaft schießen, weil die geht gar nie weg Ist aber ein Bug Die, die du grad gefunden hast Ja, das ist die, die ich grad gefunden habe, sie ist doof Na, die hab ich auch Und ich schieß dauerhaft Wie du siehst Ich muss aller... Ich muss aller 14 Schuss nachladen Ich hab auch 15 Schuss im Magazin, aber... Eigentlich... Da kann man eher schon festgestellt haben Warte mal, ich wechsle mal die Waffe, wechsle wieder zurück 15 Schuss im Magazin, und ist immer noch so Ich hab 14 nur im Magazin Vielleicht liegt dann Penny seiner Eigenschaft Das ist geskillt, weil ich doch die Pistolen geskillt habe, aber trotzdem Vielleicht liegt dann seiner... Komisch Komm Felix Warte mal Ne, ist schlechter Gott Oh, geil Ob das oft auf die... Auf die Errungenschaft zählt, wenn so viele Kugeln abgeschossen sind Dann kann ich die mal ganz schnell machen Das ist problemenschwer im Gegenstand für die linke Maustaste Festkleben reicht auch Oder das... Aber das... Das Sekundenkleber hin, dann schießt du die ganze Zeit Das ist schwierig, wenn ich irgendwas anderes spielen will ohne Sekundenkleber Äh... Gibt's da Korn drüber Also ich kann ja auch nicht... Ich kann doch nicht mehr nachladen, also... Oder Nagellackentferner hat den gleichen Effekt Oh, das war das Falsche Das hier ist das Falsche Ich bin mehr Das hat Tradition, das muss so bleiben Oh, jetzt erst mal eine schöne Waffenkiste, die ich noch mitnehme Äh... Weiß Soldat Klausmund blau Aber ich vermute mal die Würste behalten, äh... Also ein Schütze Klausmund ist ein kein zweiter Schütze Klausmund Ach, das ist sogar ein Knallhauter Halt nicht mehr Neun? Übertreibt's nie Wo bist du rum da? Das ist ein sinnvoller Weg Ja Weil wir hier rum müssen Warte mal, ich muss erst mal fertig werden hier Zumindest ein sinnvollerer, als noch komplett über die Brücke außen rum zu fahren Ab geht er Beim Einsteigen nach unten gefallen Winddiesel-like Benni, ist das glaube ich irgendwo abgebogen, ne? So Du bist ja der Navigator, ja Wenn die Karte nicht öffnen, du musst sagen, wo lang Äh, le- ja, da lang, da lang Geradeaus Nein! Zurück! Wir kommen wieder an dem, an dem schönen... Genau Wieder links Genau Rechts links Äh... Ja, vorgegen Felsen Ja, vorgegen Felsen ist eine super Antwort Und jetzt rechts Ja, ich glaube jetzt hab ich die Richtung So, und jetzt brauchst du bloß nur geradeaus Wir sind da, wo du mal meintest, unterhinten sitzt er in seinem Häusel und dreht ihn gar nicht Ah, stimmt So, und jetzt einfach bloß nur geradeaus Hat der noch nicht die Bohne interessiert, das wird unter links umgefallen Äh, links, links, links Ja, klar Oder rechts Ihr habt doch mich jetzt als Markierung Ja eben Das sieht er doch eigentlich, wo ich bin Ich fahr eigentlich immer so, wo ihr grad seid Dahin fahr ich Und wenn ich mal in eine Sackgasse komme Dann gucken wir auf die Ach ja Die letzte Runde, oder, ist das glaube Die wir überleben müssen Ne, Runde 2 erst Ach du Schande Level 29 Na super Sollte machbar sein, oder? Äh, pfff Ne, ich stell mich hier nie oben drauf Ich stell mich hier irgendwo an irgendwelche Sachen, wo ich Deckung hab Oh shit Immer noch machbar? Vielleicht Ack, ack Ack, ack Kann mich nie be- Ah, Konsole ey, leck mich am Haar Wie hast du mir die Konsole aufgekriegt? Irgendwie, frag mich nicht die Doch, frage ich grad nicht Das ist ja auch nicht Wie hast du die verkackte Konsole aufgekriegt? Ich stell jetzt nicht mehr Ich kann mich immer retten Ja ja, ich bin offen Okay Wir müssen uns erstmal auf Ehen einigen hier irgendwie Weil ich würd's glaube ich erstmal von den Spielen hier drüben Ehen weg machen Da kommt rechts noch mehr grade Achtung, du hast keine Deckung mehr Boah Zurück zu, rück zu, rück zu Wohin willst du dich in die Arena zurückziehen? In die Meter Äh Ich bin tot Das kann nicht schwierig werden Geißer Ich hab gewusst, das kann nicht schwierig werden Du hast den getötet, den ich grad töten wollte Ich mach Ich hab grad übelst mein Magen weh, ey Ich hab übelst Handicap gerade Hättest vielleicht doch Äh, hast du irgendwie das Falsche gegessen, oder was? Hab ich denn also vergiftet? Gibt's ein blaues, ne blaue Combat Rifle dann? Äh Erstmal Gegner schnell fliegen, dann Wachen auf dem So, jetzt muss man schon mal ansagen Da gibt's auch irgendwas Lidernes, wie auch eine Schrotflinte oder so Wow, hinter dir Ziel getroffen Ging ja süß Ja, die sind machbar Aber die fetten da drüben, die Fähigkeit hier anlegt Und die überlebt Ja locker Ja Aber hier ist auch ordentliches Zeug gedroppt, würd ich behaupten Hier ist noch nur 66, aber die wollt ihr wahrscheinlich wieder nie Aber so locker war der Anfang nie Nee Der brotendlich holprig Da war auch irgendwas Lidernes, überhaupt irgendwas Eine 88, äh, 88 Schaden Combat Rifle, eine 82 Schaden Combat Rifle Jetzt hab ich gehülpst Jetzt hab ich gehülpst Jetzt hab ich gehülpst Jetzt hab ich gehülpst, jetzt geht's wieder Hä, war eigentlich vorhin was Lidernes? Hier ist doch was Lidernes Lida Raketenwerfer, 466 Schaden, vierfach Säure Nett Und fünffacher Waffensum? Das Ding ist mal eben 19.000 wert Felix Was ist das Heftigste, was ich glaub ich an Wert von der Waffe bisher gesehen hab Wo? Hier, wo ich stehe, direkt vor mir Direkt vor meinen Füßen Also den würde ich wegen dem Elementareffekt schon nehmen Hab der das grad gesehen? Ja Beim Schießen? Ja, das ist halt ein Säure Aber ziel mal mit dem, der hat einen fünffachen Waffensum Oh ja Nice Er hat zwar weniger Schaden Und 60 Schaden Aber der macht halt nur Säureschaden extra Also wenn du jemanden damit triffst Ist es so wie 80% dass er Säureschaden macht Classmod Letzte Runde, Level 28 Warum wird die letzte Runde ein kleineres Level als die vorletzte? Wollen wir nochmal probieren? Ja Das muss ich aber erklären, oder? Warum warten die grad eben Level 29 und Level 28? Habt ihr auch ne Classmod für euch bekommen? Ja Die schlechte ist als das vorher Ja Ja Super Ich hab grad ne Classmod drin Die hat 54% Nahkampfschaden Das ist für mich toll Und Alles das was ich brauch Und die jetzige Die hat nur 2% Schutzskill Und Plus 2 Schutzskill Und 28% Team maximale Gesundheit Ich kann's reinnehmen, aber dann hau ich halt, wenn ich im Nahkampf bin Das ist schön kacke, wenn ich das ausgewählt hab Das hab ich nur noch 400.000 Das nur gekauft Ich hab mal a la Speicher Deck Upgrades gekauft Das hab ich auch gemacht Schon Das hatte ich noch nicht gemacht Aber ihr findet ja auch ständig irgendwelche Lieder Sachen für euch Ja Das ist wahr Das ist ja bei mir auch Da hab ich doch nur ein Beispiel alles ausgerüstet Wenn jemand mein Raketenklar warnt Wo ich ihn verticke Ja, kannst du mir geben Gegen den Leviathan So toll ist der Leviathan ja nicht Außer so Feuerwerk macht Aber dafür cooles Feuerwerk Ja, und das stimmt Hast du jetzt nicht wieder weggegeben? Das hab ich mir gesagt, das ist doch falsche Bin ich mir ziemlich sicher Ja Große, komm Gib mir was Ich bin ganz lieb zu dir Komm Oh mein Gott Ich werde dir jede Wünsche erfüllen Hast du das hier für... Ah, fast sogar was gegeben Das ist ja auch ein Lieder... Ah, stimmt Die letzte für dich die Oberhandte bin Haha, verarscht Ich mach gar nix für dich Haha Ist mir egal Weil ich hab... 466... 466... Da muss der nachher jedem Schuss nachladen bei dem Scheißding Ekelhaft Was weiß ich immer gemacht hab Alter, da wundere ich mich auch nicht mehr, warum du keinen Schaden mehr machst Kommst du rein wieder, wir machen noch mal runter, dann kannst du immer noch runter Ja Warte doch mal Wie kann ich denn durch dich durchschießen? Hm Oder bist du grad mit deinem Bein drüber gehüpft? Wahrscheinlich in den Stratgesprungen da Da Ja, da bin ich drüber gesprungen Bei mir bist du genau, ich schieße genau durch die Eier auf Ja, aber ich muss immer ganz, ganz gut aufkalken auf so ein Ohr Das kann ich nicht spielen Ach, oder was der mal alles ins Auge kriegt? Wave, wave Okay, da hab ich vorbeigeschossen, das geb ich zu Der war getroffen Böse Boom Der rumpelt aber auch von ordentlich Ah, vierfach Feuer, alles da, deswegen rumpelt der so So, ab geht er Gemüse den Stratzen raus Äh, so, da kommt was raus Wo? Oder auch nie Hey, das ist ja verarscher Kommt das Zeug runter, dann kommt es von der anderen Seite? Ja Ehrlich? Ehrlich Ich nutze jetzt mein Bug Teil Bom 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 Wo kommen die nächsten? Scheiße! Bist du, warum bleibst denn du nie bei uns? Ich versteh es immer noch nie Ich hatte grad Warum macht mein Säureschaden, warum durchdringt der so durch? Das ist schon mal das Problem, dass es durchdringt Hey, und wieder mal ein blauer Combat Rifle Aua Hilf mir mal, Felix Du warst grad neben mir Ja, ich bin wieder weggehalten, weil ich mich eigentlich aus dem Haus laden wollte Das wäre schön, wenn du mich wirklich bis zu Ende heilst Oh, scheiße Danke Ja, verdammt ey Wow, wow, wow Okay, wir haben ein Problem Wir haben verloren Nee, haben wir nie Nee, dann musst du uns aber schnell heilen Also ich würde behaupten, die ist eigentlich Level 30 und nicht Level 29 die Quest Yo, Alter Neue Stärke habe ich gerade wieder gekriegt, zum Glück Ja, ich bin eine Scheiß-Stelle ausgesucht, muss man so sagen Der Krieg hat die ausgesucht, zum Kämpfen Die hat drüben auch nicht mehr auf der anderen Seite Mhm Beim Kampf, da kam sie da nicht ehrlich auf immer Leute, der ist doch drauf gegangen im letzten Moment Hätte dann nochmal ein Problem Echt? Schneller, 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 uuuuuh Boah, was ist denn hier noch alles? Meine Güte, wer ist die wieder so noch drüben, Hotte? Ja Wir müssen hier weg, hm Ach du, okay Ach du, okay Es wird besser, es wird besser Ja, langsam bringen wir sie zurück Ich muss das immer noch nicht nachladen mit dem Ding, ne Ich glaube, dass du das warst, oder? Nee, der ist... Äh, soviel, dass du das warst, da kommen nochmal eben ein paar Knallen harter Hm Hm Ich seh nix mehr 1500, ey Boah Scheiße Yo Alter 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 Schwede, ey Das ging ja grad noch ab Au, zwei Schuss und mein Schild ist weg Zwei Schuss und ich bin tot Ja Ich hab's mal wieder gerettet So, große Belohnungsrunde Alter, da ist auch ordentlich was gedroppt Oh ja, du Oh, ne 74er Murph, die nehm ich 66er Incidentary SMG Schrotflinte Welchen Gun mit 1.8 Schaden? Ja, klingt interessant Bei mir Ne Riffle Ja Ich hab auch ne Riffle mit 100 Schaden grad ne weisse gedroppt Ja Also ich dachte weisse wir es nie haben, deswegen hab ich die einfach mitgenommen Sub Machine Gun 61 Schaden 8,3 N90er Zielgenauigkeit Achso, ey, was hast du hier? Felix ne Riffle, oder? Ne Riffle Na die eh ne Riffle war nix wert Es war unter aller blaue Ein zehntausender SMG hab ich hier drüben noch ne blaue Wenn du den terrible Matador nicht unbedingt willst, würd ich den nehmen Das ist großartig Hier sind nur noch paar grüne Combat Rifles Übrigens hier die gehört glaube ich auch noch Moment mal, die gehört da ist glaube ich noch Für dich, die hab ich irgendwie mit eingesammelt zwischendurch 12.000, Marco Mir fällt grad ein, ich hab ne Granatenwerfer 160er Combat Rifle Aber mit 8.3 Zielgenauigkeit triffst ja gar nix mehr Ich bin sehr langsam Und nur 36 Schuss im Magazin Du kannst ne Weile schießen, wenn die langsam schießt Probier's mal Wenn sie mit so sehr daneben schießt Gewechselt Ich hab ne Sniper bekommen